Was ist das? Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch mal wieder vor der Kamera. Endlich mal. Die letzten paar Videos kam ich jetzt nicht so oft vor. Aber heute machen wir mal mit der EK wieder ein cooles Video. Was verbirgt sich da unter diesen Bechern? Und zwar ist in jedem Becher was zu trinken drinnen. Überall Coffee to go. Es gibt was Leckeres und was Ekliges. Und diese Challenge ist die Mystery Drink Challenge. Deswegen Mystery, weil wir nicht wissen wo was drin ist. Und ihr seht alles sieht gleich aus. Und das Spiel wird jetzt so ablaufen. Wir wählen gleichzeitig einen Becher aus. Was wollen wir die Semmi? Nee. Und dann müssen wir gleichzeitig trinken und schauen was drin ist. Also wie gesagt 5 leckere Sagen und 5 eklige Sagen. Und hier haben wir noch eine Spuckschüssel. Falls irgendwas Ekliges drin sein mag. Okay. Aber ihr werdet ihr gleich sehen wie es abläuft. Was ist denn das? Es ist voll wenig drin. Ja das war ein Schluck. Eins, zwei, drei. Was hast du? Hm? Mutschspülung. Alter. Hast du Mutschspülung? Und weißt was heftig ist? Hast du wie Schluck? Nein. Wieso? Du musst es schlucken. Das ist giftig man. Das Schlucken. Bist du blöd? Jawohl. Wusstest du gleich das Mutschspülung ist? Hallo das riecht man vielleicht. Und das witzige ist. Ich wusste dass in irgendeinem Wecher Mutschspülung ja drin ist. Ich habe es mir auch noch gedacht. Dass ich es hoffentlich nicht kriege. Und dann lange ich halt genau zum Mutschspülung. Was war dein? Ich hatte einen Tag alten schwarzen Tee und Zucker. Oh ja das ist nicht so eklig. Alter weh. Voll gefächtig. Ja bis die ganze Zeit ist Kühler. Jetzt habe ich Zähne gepostet. Alter ist auch schon wieder so wenig. Was ist eigentlich normales drin? Cola. Adi musst du die ganze Zeit spucken jetzt. Panta. Oh nein. Auf Cola. Aber du musst mich riechen. Einfach gleich. Habe ich schon. Okay. Alter ich komme gerade an. Ich habe Angst. Ich auch. Ich komme gerade an. Nein das ist Milch. Was hast du? Cola. Aber ohne Kohlen. Sorry. Ist das jetzt eklig? Soll ich es jetzt schlucken oder nicht? Ich habe Milch. Das ist schon Cola. Alter ich war jetzt gerade so. Soll ich es schlucken oder soll ich es nicht schlucken? Ich schlucke ich es dir gerade auf. Okay nein. Eins. Zwei. Drei. Was ist wenn was Giftiges ist? Können wir das alles schlucken? Mundspülung darf man nicht schlucken. Das ist giftig. Da passiert nichts. Eins. Zwei. Drei. Was ist das? Läck dich aber auch. Ich hatte Panzer. Was ist das? Was hast du geschluckt? Ist das Toilettenwasser oder was? Ich glaube das ist Salzwasser. Wasser mit ganz viel Salz oder? Echt jetzt? Ich weiß nicht. Nimm mal. Ui. Ich glaube ja. Nauch mal. Ja. Oh. Vor dem hatte ich Angst. Leck dich. Alter mein Mund ist so hart. Ich schmecke keine normalen Sachen mehr. Ich hatte Fanta. Alter. Alter. Mundspülung Salz. Weiß ich wie sich gerade mein Mund anfühlt? Ekelhaft. Hat das salzig geschmeckt? Nein. Es hat nach Zucker geschmeckt. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das war richtig. Ich kann keine normalen Sachen mehr unterscheiden. Ich weiß es nicht. Okay. Wir haben noch. Vier Becher Leute. Und der Verlierer muss das trinken. Alter wie ekel. Schau mal. Hör auf. Tofu... Also. Die letzten zwei Runden Gracias. Ich nehmse jetzt einfach mal mal. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was ist denn, Sui? Ich genicke Wasser. Was hast du denn? Kurven pour sauber. Oh, da ist sogar noch Kurvenstücke drin. Ich kann es gar nicht mehr trinken. Das ist hier im Kaum, wenn ich gar kein Wasser mehr trink. Oh, ich habe es überheizt. Du hast die ganzen ekligen Sachen abbekommen. Was hattest du? Eiskaffee. So was kreisliches. Ich kotz, wenn ich schon dran denke. Leck mich aber schon etwas geschluckt. Widerlich. Ich glaube, ich gönne mir noch einen Schluck. Eben, fix und fertig. Widerlich, Alter. Und da sind diese Kerne von den Gurken noch mit dabei. Trink es mal. Nein. Okay, die letzte Runde. Alter, ich greife eh nur Scheiße. Jetzt hat der Haken alle ekligen Sachen. Bäh, mein Gaumen. Das hängt hier drin. Okay. Ich glaube, wenn ich mir einen Finger stelle, würde ich sofort fassen. Hör auf. Eins, zwei, drei. Was ist denn das? Hey, du hattest echt alle ekligen Sachen. Was ist das? Ich habe das Pride. Was ist das? Kaffee. Schwarzer Kaffee ohne Zucker, ohne nichts. Boah. Ja, okay. Das geht ja noch im Gegensatz wie Anna. Ey. Ich konnte es gerade gar nicht einschätzen. Hey, du hattest fünf eklige Sachen. Nein. Einmal hatte ich Cola. Und du hattest das Ding. Ach so, den Tee. Den Tee. Na gut. Ich würde sagen, Haken hat echt dieses... Alter, wie kann man nur vier Fehlgriffe machen? Viermal in Scheiße getappt. Alter, so ein Pechvogel, Mann. Voll witzig hier. Ekelhaft. Ich kotze hier gleich. Du die Scheiße hier. Weg, Alter. Unwitz. Kann ich mal mehr Wasser trinken? Uiih. So, das lieb. Alter, das Gurkenwasser war so eklig. Boah. Ich bin echt happy. Ich hatte so Angst. Ich habe es hier zubereitet. Und ich hatte so Angst, dass ich irgendwas davon... Ich hatte auch Angst vor diesem Gurkenwasser. Weil es so eklig ist. Aber naja. Das war's mit unserem Video. Haken muss ich in eine ganz große Pause, gell? Ja. Oder? Geht's wieder? Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr lasst uns natürlich ein paar Daumen da. Wenn ihr Runde 2 sehen wollt, dann kommentiert doch einfach mit Hashtag Round 2 in den Kommentaren. Und dann gibt's vielleicht eine Runde 2. Hier unten könnt ihr uns jederzeit kostenlos abonnieren. Dann gibt's eine Runde Gurkenwasser. Ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.